hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge xxl farm mit dem tiger farm bleibt doch mal stehen hallo das warst du schon im bild und mit dem maler neumann aus dem rp case ist so laut so ich würde sagen wir machen ja noch ein paar bäume platt das meine ja und der neumann fährt noch ein bisschen wasser ja oder lex oder ist ein fluss was machst du mal und wenn man fahren wohin willst du wir machen immer noch ein bisschen hackschnitzel dass wir später der fällt auch falsch rum was soll denn das ist es nicht mehr so dass die nach rechts fahren wenn du von nach links fallen wenn du rechts sechs vielleicht zu steil abgesägt ich mache es immer so und das hat bis jetzt eigentlich auch gerade dieser moment wenn man durch den stamm wagt und dann wieder hoch auf den stamm hast du in einem astloch versunken oder was das lädt wieder so ich bin mir nicht sicher ob es lädt ja der baum schwebt auch bei mir in der luft und der lässt sich nicht lassen also bei mir geht es wie du siehst ja sehe ich aber er schwebt bei mir in der luft bei mir nicht aber das habe ich im neunzehner schon ein paar mal gesehen dass es so war alles nicht was sie hier verbockt haben alles würde ich jetzt auch nicht sagen gibt schon noch so ein paar kleinere probleme die sollten sehr gerne mal mit updates beheben das ist jetzt mit dem neuen übrigen wir haben auf den neuen patch gepächt wobei wir nicht wissen was der patch patch ich habe keine ahnung was der patch patch vielleicht patch 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 was das ist zu viel patch in einem patch was ja lass mich doch den ja ich halte doch ich sehe dich doch kollege dann komm mal zum hacker ich bin der hacker schaukelpferd schaukelpferd ähm also hatte ich den satz beendet warum wir das ganze hier machen ja keine ahnung für krombacher leider leider nicht für flensburger ja flensburger ist geil flensburger segelhopfen gell doch so heißt es doch glaube ich nö so das weg mal ab ja vielleicht noch ein bisschen kürzer okay mach ist ja schon gut alter immer nur am faxen machen hier hättest mich nicht ich bin ein alter mensch 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 ja aber alt nein ja stimmt super alt oh junge ja lass ihn liegen der rutscht irgendwann mit rein jetzt ich hab ihn genommen was konntest du den fetten dinger tragen den auch klar ne den nicht so wie es aussieht schwächling der ist auch länger ja ja ups warum fährst du eigentlich kein traktor hier ich ja weil ich die ganze zeit hier mit sägen beschäftigt bin ah willst du die stämme holen nein ich hab ne holzphobie aha ne holzphobie also ich hasse holz sägen sägen jetzt direkt weggerannt gehen wenn ich einmal bei der arbeit bleiben würde ich hab nur zwischendurch einen baum gefällt was hast du für ein problem nimm den anderen stamm und schieb es schieb den anderen ich hab ihn nicht gefasst sägen 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 also es geht ähm denn das problem ist bei den stämmen hier kommt kaum was raus am hackschnitzel finde ich junge der ist einfach abgebauen an den hell jetzt legt er dann soll ich denn den jetzt rauskriegen hier bin ich mal gespannt ob ich den da rausziehen kann naja naja doch erst den hier in der ersten oh ich hab es geschafft den großen stamm äh da rein zu kriegen herzlichen glückwunsch tiger du nicht so negativ 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 was ähm wie schaut es aus mit wasser ich war jetzt einmal bei der brauerei und einmal beim ähm ah wie heißt sie sägewerk also bei mir heißt es karton und papier ja ist das wow einmal brauer warona ist ein richtiger neumann so lange ich nicht aus neuland komme ach ja die merke auch immer sagt das internet ist ja neuland für uns alle ja man es ist eine goldwaage ganz schön das sind die erster Linke aus dem Grunde der feld ist auch untergefallen all das sind weggefahren aber hast du mich jetzt ab angepasst angepasst oh ja beweg dich doch nicht männeken ja beweg mich nicht meine ich dich ich meine mein warte jetzt säg doch mal das ding ab jungen das ist abgesägt das ist nicht abgesägt dann wird es runterfallen das ist ich habe an der schaufel da gesägt jawa das ist ja siehst du ja so unnötig säg doch zwischen den dingern ab oh jetzt kannst du zumindest den hier reinschubsen nö nein ja toll gut hat keiner gesehen doch ich habe es noch gesehen ja ja die Zuschauer auch ach was hoffe ich mal spätestens im Video sieht man das nein das sieht man gar nichts doch ich habe es noch ganz ehrlich gesehen wie du dich aufgestellt hast dann mache ich ein kurzes Standbild und einen Cut rein hahaha wir will wir will be right back soon ähm schneid mal am Ende ab äh ja genau ne die Richtung ja welche Mitte da wo du stehst weil den Rest kannst du dann eigentlich selber rüber ziehen wenn du nochmal abschneidest wenn du nochmal abschneidest jawoll oh den kann ich sogar tragen du braucht ihr Wasser mhm ja oh malon ne gerade nicht danke schade oh dieser Mammstamm lernt mich nicht auf oh warum ist da jetzt ein Traktor der steht im Weg so ach so ähm ähm wie immer die Frage was macht das Rockenfeld immer noch im äh 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 im Wachstum äh 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 sehr schön äh 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 ich bin nachsehlich am Mengen auch äh äh so langsam muss ich aber auch wirklich los ich sehe immer noch hier rum man weiß das muss ein bug sein oder es ist vielleicht noch ein feature das neue 1 1 5 update 1 5 1 so als ich muss sagen zu zweit geht es doch relativ flott weil man muss nicht ganze zeit aufsteigen und einsteigen in und her aussteigen einsteigen 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 einstein 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 1 1 stein bist du schlauer als einstein oder ein ich hätte jetzt einfach noch mal in der mitte gesägt dann wäre der andere teil runtergefallen war una bist du schlauer als einstein oder als einstein als einstein wie du bist schlauer als einstein nein wie einstein ein einziger stein aber ohne jetzt ja du brauchst mit dem stämmchen hier so lange mit dem kleinen teil dann bin ich fünfmal also ich weiß nicht was los ist aber wir gehen so langsam pleite das ist ja das weshalb ich gesagt habe wir sollten das wasser nicht kaufen aber die gefahren wollte mich hören dem war wichtiger dass er hier nicht so weit fahren muss ja ich weiß er schiebt die ausrede vor dass er nicht dass es einfach so lange dauert aber ja 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 was jetzt ich muss hier weg ich muss ich kann heute nicht mehr sehen nein es geht nicht ich weiß nicht mehr in den nein nein ich weiß nicht mehr in den sag mal mal wo bist du denn lang mal was macht mir da ja mal und mal und fährt mitten durch die wallachrei der fährt über wiesen über fähr ja 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 wollen sie die kündigung äh da muss ich mal kurz nachdenken denken sie mal ganz scharf nach man weiß es nicht wäre schlecht an ihrem ersten arbeitstag hier bei den aufnahmen gleich die kündigung zu kriegen ist schon schlecht ja ja sehr schlecht ja aber ich glaube das schafft man nicht mehr heute ne ne nein naja du könntest noch ein paar baumstämme absägen also fällen und vielleicht nicht durch den traktor laufen das ist auch so Marc man kann einfach durch den traktor laufen wie herkules man läuft einfach so so chillig rüber als ob nichts wäre so aber wir sind so gut wie am ende angekommen wir bedanken uns fürs zuschauen lasst gerne ein like abo und ein kommentar auf beiden kanälen da auf haruna fb und auch flieger fahren seid hier geht noch am besten alles und schaut gleich den Job geklaut ja jawoll ey du hast den Job geklaut und schaut gerne morgen wieder rein bis dahin machts gut tschüss tschüss c Vielen Dank.